sehr fast zusammen herzlich willkommen ja wir spielen wieder auf teuflertal und heute ist bin ich nicht alleine nämlich ist heute der Schirrigen zwölf mit dabei hallo ja und wir müssen jetzt auch schon ziemlich schnell machen oh scheiße das war zu spät nämlich ist jetzt unsere 1 da schon rausgefahren mach mal noch mal auf rückwärts genau Lolo nein watschen Moment im heute werden wir die Teufelbahn also werde ich vor allem die Teufelbahn garagieren und nachher werden wir schauen dass die Teufelbahn fertig garagiert wird die ist ja schon seit letzter Folge dran und garagieren und zum Schluss werden wir noch den Betrieb der Nachtruhlbahn der Grat Express spielen da ist schon richtig ja dann gehen wir mal zu unserer Jägerbahn und schau mal dass die 1 wieder einkommen Jolo kannst du mir bei dem Motto einmal bittet es Brino Schild und die Brino Fräse bitte kaufen ja ich habe kein Geld geschehen warte mal hast du die Brino Fräse ja du hast du kommst du nicht klar mit dem Motto hast kannst du sie nur bitteschön kaufen du kannst die anderen verkauft nur das ist bitte also was brauchst du eine Brino Schild von dem und eine Brino Fräse bitte die Brino Fräse also was Brino Kleid wohl ja das Schild von Brino Kleid wohl die Fräse auch ja bitte nicht finden würde die ist ganz oben bei dir wahrscheinlich aha es hat keinen Platz beim Hitler du musst mal den Ding wegfahren noch der Platzplatz danke gut ups nein bin ich jetzt rausgefahren hä jetzt ich fall ständig raus auf dem Spiel zurück ähm dann gehen wir jetzt zur Teuflerbahn und garagieren die du könntest nicht mehr mitfahren du könntest nicht mehr mitfahren du könntest nicht mehr mitfahren nein ich garagiere ja die Bahn da ja garagieren einstieg mag man auch schon mal aus so und dann müssen wir die Ausfahrt jetzt heben und fahren aha und ups fahren an so und dann warten wir jetzt bis die eins an der richtigen Stelle ist jetzt und die ist du schädig und zwölf mal die diesen präparieren ja ich mache jetzt die Rottelbahn genau so 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 bei Aldi so 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 aber so 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 Nob. hat die sich gratis hast du was an der gratis bis wann gemacht nein wer plötzlich so schnell also die gratis kreis die grüße der schaust die drohen wieder nicht ja tut mir auf jeden Fall leid dass am Samstag kein Steinkum Realbetrieb auf mein Kanal kam mit dem Serverproblem und so noch nicht ganz geklärt war und so aber es wird auf jeden Fall wieder weitergehen ok ja ja kommst klar mit dem Treppenheim ja gut sehr gut ja ja ich stelle jetzt dann die Gratxpress auf halt weil ich tue mich jetzt gleich an die Winde ja das passt kannst du eh machen weil es kennen ja im Moment eh keine Gäste hoch ja es wird mir keine Gäste jetzt mehr hoch ja hab ja die Drehkreuze aufgeschlossen gemacht wie sie heute wer es noch weiß ja dann schauen wir einfach dass sie fertig wird ja 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 aufhören katex das ist auf halt gut was ja 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 12 14 14 15 14 so die nach die tschung die linie mit dir noch eine kleine Info zu meinem Kanal das Projekt Modellseilbahn ein bis zwei Wochen weiter die die hat besser gesagt starten und auch wieder losgehen Alter bei mir Donuts grad wir sind da in den Namen Mittag 11 12 an aufnehmen bei mir Donuts einfach grad ok es ist 11.50 Uhr ja das kann gut sein ich schreibe jetzt nicht auf die Uhr ich muss mich konzentrieren so heben wir auch noch den Umlauf auch schon bei der Nummer 18 angekommen ja ja kann man ein bisschen näher sogar ok komm 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 das ist dann auch schon wieder neun und bietet etwas schneller wenn es geht ja und kommt 20 und und ich glaube 27 Nummern hat diese Bahn kommst du voran mit der Rudelbahn oder brauchst du ja ich bin nicht feiner einmal runter und dann fahr ich bis die 6 noch an häng ich mich an der Winde an und dann ja habe ich eigentlich das wir brauchen ja erstmal nur die Rudelbahn im Moment die sie hat ja das will ich gerade es wird die Rudelbahn ist gleich fertig ok dann passt das soweit sonst damit auch nicht zu lange folgen h m werden verabschieden wir uns wir sind gleich von euch ja ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen ja wach schon ist gekommen nein nicht ok ich bin ja falschen Szene scheiße ja dann sehen wir uns bald wieder im Schirik und Simulator am nächsten Mittwoch noch einen schönen Tag und ciao